Ja, gegen Dortmund ist es immer gefährlich, wenn du den Ball hast, das ist klar, weil sie konnten sehr, sehr schnell nach Ballerüberung und richtig, sie konnten auch richtig. Aber wir müssen unser Spiel machen, natürlich müssen wir sehr, sehr kompakt stehen, wenn wir den Ball besetzen, wenn wir nicht den Ball haben. Und wir müssen das Spiel gut lesen und immer antizipieren. Sie sind weiterhin eine der besten Mannschaft in Europa, das haben sie seit ein paar Monaten, Jahren schon bewiesen. Wenn man sieht, das Spiel gegen Marseille schon am Dienstag, wo sie gut gespielt haben, einfach gespielt haben, das ist ein Kalibr, das ist klar. Und ich denke, mit Bayern ist Dortmund eine der besten Mannschaft in Europa. Wir haben viele Tore gemacht, zu viele Tore, unnötige Tore gekriegt, aber unsere Tordifference ist positiv. Vielleicht fehlt uns eventuell ein Punkt in Hoffenheim, sonst ist es okay. Ja, ich denke, er hat weiter Fortschritte gemacht, das können wir in der Champions League merken, auch in der Meisterschaft, weil er ist einfach aufnahmefähig und er willig zu lernen und das ist kein Zufall für mich. Er ist klar eine der besten Spielerinnen in Deutschland und in Europa jetzt, das ist klar. Das ist klar, das ist klar.